ja heim willkommen mein name ist an ihrer wehr und ich bloß euch soll zuletzt ptl auf größer selbst in der letzten folge sind wir hier durch die gegend umgeleiert haben mäßigen fortschritt gemacht und stehen jetzt von den ersten dingen was wir besiegen müssen um hier klar zu schaffen also komm herr du schlappmacher okay todesgrund dann hast du sachen die waffen namen man gibt so wenig erfahrungspunkte leckt mich aber nein nicht so ein dreck ihr kümmer durch die kleinen dicken gerne sein plan okay weil ich auch schon wieder vergessen ist stark das kann mit ihren zaubern sein kann wir scheinen aber ein bisschen gegen lehmung jetzt zu sein sehr schön dass man die eigentliche kaputte na nee da kommen wir mein plass seitigem war schön so auf abzuwehren man hier steht ein perfekt danke das ist nur du über ich mein gott ist vielleicht zu ergeben also so viel gerade weggeschmissen ich glaube ich spinne ja auch bei dem dreck vielleicht muss kurz was gucken hm ja auch nein 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 ich habe doch die ganz gedruckt machen oh man oh man das war nicht so eine gute idee so wenn man kreisgerückt wird dann kann man die ganzen dinger hier hintereinander einsetzen hat mich gut hat man davon die ganzen arz hoch zu leben soll ich bist du aber so hat man bei sofort weg sehr schön und wir haben viele sachen gelernt richard gelbe flüssigkeit gäbe als küken aus monstern gewonnen millard lähmungskrankheit in der pub so heißt wir können jetzt zu diesem kristall gehen der sich irgendwo befinden sollte dann können wir das lebensklima hier abwehren sehr schön und diese bahn hier scheint geholfen zu haben fand ich also ich war irgendwie gar nicht gelähmt ja war ein bisschen gelähmt aber ja für dich schön so das ding an der rechts da kann ich nicht hin oder so und jetzt hat den zerstört und das hat uns noch nicht viel weiter geholfen so jetzt haben wir keine lebensprobleme mehr sehr schön so und lohnt jetzt müssen wir von alleine wieder gucken was wir noch machen können super ich bin schon wieder jetzt überfragt ich weiß wo man trainieren kann direkt ganz unten da kann man glaube ich sehr gut trainieren aber ich habe jetzt gerade verpanisch auf die aufnahme geguckt habe ich aufgenommen soll ich mal so ein gesichtsaustdruck vorstellen nur bitte geben ob da sehr schön schwäche und jetzt beginnt die ewige suche nach dem nächsten fiecht dass wir knippeln werden ja wie war es mit dir aber da können wir nicht hin nein warum auch ich meine ich habe jetzt schon wieder alles erkundet wir haben doch jetzt nichts irgendwie geändert was irgendwie wird geändert hat damit wir weiß ich weiß nicht ich weiß nicht worauf ich hinaus wollte ich traue mich nicht hier lang zu gehen ist ja irgendwie so ein ding war hoch oder runter können ich glaube nicht aber da ist so ein teleportation dingen damit kommen wir wahrscheinlich wieder ganz da oben praktisch stimmt ja da war ja was sondern gehen wir mal wieder nach oben weil ich habe so ein bisschen schiss wenn ich nach unten gehe das ist nämlich nicht gut dann ist der schlechte und da wollen wir nicht hin schlecht schlecht schlechte sachen sind schlecht witzige sachen sind witzig kann mir mal sagen von wort ist ja da haben wir irgendwie so gesagt lasst uns gegen die monster kämpfe um herausfinden was er los ist ich bin noch nicht bekloppt ich hoffe ich mit so schwachen zu staatsveränderungen und zwar alles hier gegen die ganzen monster bin ich irre ich meine so duft bin ich nun auch wieder nicht ich bin ich nun auch wieder nicht na na aber halt ist weitläufig warum es wäre kein plan wo ich hin muss um fortschritt zu erreichen zu machen zu tun ich will immer noch dahin nach das ist gar nicht die ecke ok fahren wir haben irgendwie nichts runter geschmissen oder sowas irgendwie ja was ändert oder allgemein irgendwas geändert deswegen weil sie jetzt nicht so genau was wir jetzt machen können ich will mal runter haben wir waren doch irgendwo auf mich hier halks war immer na haben wir das ding runter geschmissen ja und nun ich bin schon wieder voll überfordert mein gott aber ich kenne ich dachte ja alles doch irgendwie aber schon wieder so lange her so leute ich kann es nicht mehr vielleicht kommt es irgendwie an einem ort wo glaube ich nicht richtig ist hier ist nichts ich wollte eigentlich ein bisschen mehr erreichen in dem part wir haben jetzt einfach kaputt gemacht ich möchte mindestens drei in einem part kaputt machen wenn es nicht so viel verlangt ist weil ein ding hat ja runter gegangen ist das hat ja noch nichts geändert ich meine da ist irgendwie so in der mitte oder so gelandet und nun für uns unerreichbar deswegen habe ich nicht dass irgendwas ändert wenn wir keine ahnung eingehen da da ist das dinge bringt uns ja nichts da kommen wir nicht ran was hier richtig ich bin schon wieder viel zu weit gegangen ne verbrennung warum nicht hat war hat war ich glaube da war darum zu wissen wohin und warum und weshalb aber da ja es wird schon alles im gericht sein ich war euer tag so meine geht so und euer auch okay konnte man darunter nein okay wir sollten wirklich eine karte einbauen das haben sie zum glück im nächsten spiel danach gemacht aber warum nicht hier schon hey er steht hier einfach so sehen ruhig rum so als wäre es ihm vollkommen egal da ist hier was nein stand ja schon immer da man na gut tata halb schicksalsbrecher ok da sind alles die waffen die war so kriegen können ich wollte dich sagen entschuldigung und mir fällt auf ich habe niemanden hier irgendwie die feuer sachen ausgerüstet hm so jetzt sind wir irgendwie ein bisschen geschützt eigentlich ging jetzt sagt er doch gleich oh gott warum ausgerechnet so geh schon da rein danke ich habe mich schon unbesiegbar genug lässt in diesem angriff ne sehr schön mal ab okay so viel warum fragst du so schnell waren die viecher schon immer so groß diese typen da so dich werde ich aber irgendwie klein kriegen bei den anderen meine freunde auch knapp vielleicht noch mal wieder ein 11 15 wasser gehörte halt und irgendwann mal wieder entschieden hier es zu steuern übrigens vorhab ich glaube ich irgendwie jubert gelingt und mit dem ist es auch schwer zu leveln aber fehlen bei mir fehlen die norm partie weil ich nicht so toll von etwa schon gut wie alle tiefe 150 sagte dazu lange die typen weg sind jetzt ironisch dass ich eine brennscherbe bekommen das hat kreuz spenden zu viel durch die verbrennung sehr schön allein ist das ding ich habe es gesehen bleibt genau da wo du bist man ist jetzt schon wieder schwer kraft außer kraft machen ich will mir sicher die physik arbeitet mit so etwas nicht zusammen so den nachher ganz gut das ding ist runter gegangen und wird auch das heißt wir gehen auch runter wir marschieren nach unten das ist jetzt wieder normal ja nein ich möchte nach unten nein ich möchte da unten alles klar wir haben wieder ein bisschen was erreicht ich hoffe nur dass wenn wir einmal gegen so ein viecher verrecken ob wir wenn ich mal so mal aufrufe nur um die erfahrungspunkte ja so zu checken na was ich hier wundert ne hat er trägt zwischen laut gemacht deswegen tut mir leid jedenfalls wenn wir gegen eins von diesen viechern irgendwann mal fricken dann hoffe ich deswegen kampf neu starten können und nicht irgendwie das spiel nochmal laden müssen oder so weil das wäre richtig blöd ich könnte ja wieder mal ganz nach unten gehen und speichern aber so schwer sind die gegner eigentlich hier nicht also dafür hatte ich auf chaos eingestellt habe irgendwie nicht da du bist aber nach unten sehr schön dann dürfen wir ja da irgendwo lang kommen wenn ich mich irre da war das hier wieder für eine kritze verlangsamung das ist ehrlich gesagt nicht so schlimm finde ich langsam hier ja es hat auch nur 84 was sie reden da ein paar prozent verloren ich verstehe ja da ist leicht richtig oder irgendwie so unten links wenn ich mich irre ich glaube da ja dann können wir ja irgendwie was erreichen in diesem part noch hatte nur irgendwie so weiß ich nicht zehn bluten verzögerungen oder so naja so na ja was zum warum kommen hello hulk ein elfmasse die machtlos kämpfe vor sagt auch art siegel hat nicht irgendwie eine schwäche oder so statt irgendwie verlangsamung ja schön wo die sind gegen arzt anfällig ne sehr schön bei joms ich habe den daneben vielleicht auch noch ne ja auch schon aber aber man warum fragt ihr ihn alle so schnell manchmal aber aber auch kaum schauen nicht verarschen es nur so ein paar p aber ich habe wegen diesen rollenspielpuppen schon stärken gelernt was bedeutet meine es kam es nicht ich glaube schneller regenerieren kommt immer nur so vor als würde ich voll langsam regenerieren bin ich nicht schön so ich mache ich kaputt verdammt mein gott mein gott sehr schön mein gott 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 letzte dingen das letzte dinge das nächste dinge so alles noch mal plan bis jetzt da sind wir aus als wäre eine verbindung entstanden zwei fehler noch sehr schön selbst der region ist wieder normal ich habe nichts gedrückt und zu wissen ob ich überhaupt zum ding jetzt kommen noch gar nicht so gift das ist nicht so schlimm gibt so gibt gift 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 ja dann braucht kein gift das ist ja auch kein gift ich will euch nicht vergiften was aber aber auch kein gift ihr braucht gift schutz ne ja so was wir muss diesen satz war falsch so das nächste fähig wo wartet es da wartet es und hier ist sonst nichts ich nehme erst mal das tue ne fahrrad aus katar vielleicht können wir zu helden werden glaube ich aus keine ahnung du bist ja dunkel halk so sagt auch versteinerung was daher wir sind ja wegen er tut wahrscheinlich statt als auflösen weiter tut auch nova zerschnetzeln so ich möchte gerne ein bisschen schaden aus sein bis gegen gar nichts an als erfolge war danke ich bin ja unbesiegbar was machst du aber okay das ist irgendwie nichts gegen den mann da kommt mal mal seid doch mal ich habe ab wenn ihr davon will ich nicht getroffen werden das sieht sehr schmerzhaft auf er ist gelähmt auf die gelähmten sehr schön aber wir haben gewisse kamen den kriegst du jetzt gleich volle möhre rein sagt den kriegst du rein sehr schön so jetzt kriegst du noch den hier rein ja davon habe ich dachte mir nicht wechsel was dann das ding auch hat gewählt werden kann ihre mystik art weißt du eigentlich kommen wir keinen schaden jetzt will er ausgehen ich fasse er ist intelligent na wir haben so viel warum warst du nicht im magischen kreis ok 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 aber das letzte ding ist noch schwäche bahn oder gewick da müssen wir noch dinge nach unten finden und dann haben wir wieder was erreicht bin ich schön aber letztendlich doch mehr leute kaputtgauen als gedacht dafür hat wir in den ersten zehn minuten nur umgejagt sind ja okay und ist ja wieder dinge und glaube ich ja ich bin schön hat jetzt vorweg rennen aus der training zwischen also richtig nervig hier muss das jetzt aber sein nein danke ein tue mal das hier noch mal ausschalten gucken in gucken wo das ding hinfliegt dahin okay und dann dann würde ich sagen wir sehen uns in der nächste folge von netz bei details auf größte ich bedanke mich alle herzlich fürs zuschauen und sage tschüss